Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück bei Black Ops 2 und wir werden erst mal linke Maustaste drücken. So, nehmen Sie Raul Menendez gefangen. Farid. Okay. Was haben Sie? Ach, so ein Scheiß, dieses Selerium. Oh, was soll denn das? Moment, Mann. Bingo. Jemand hat die Hintertür offen gelassen. Menendez Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong. Menendez greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni. Das ist... Das ist morgen. Oh. 19. Juni. Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben zwei Stunden. Oh, oh. Achillesschleier. Jemen. Farid. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal was passiert. Wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin im einen Schritt voraus. Gott ist die Erwartung. Sie erwarten Freiheit. Und sollen sie haben. Not that you did. Mutcha für Saha! Was sagt er? Oh Gott, mit irgendwas ist scharf. Komm, Farid. Es ist Zeit. Das ist er eigentlich, der Fleen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es schon wieder vergessen. Jetzt! Wir sammeln uns bei der Zitadelle. Papa! Menendez ist weg. Er war weg, als die ersten Schüsse fielen. Menendez weiß es. Ich bin sicher. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es wüsste, dann wärst du schon tot. Er will mich bei der Zitadelle treffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er untertaucht. Geh durch die Stadt und stell den Kontakt wieder her. Begib dich nach Süden durch den Markt. Viel Glück, Farid. Okay. Das heißt also, wir müssen... Hallo? Heißt also, wir müssen uns hier durchkämpfen. Wer schießt denn da auf mich? Erstmal müssen wir die Drohnen abballern, ja. Wer schießt jetzt mal auf mich? Okay. Das war's. Die jemenitischen Truppen werden einen Schutz um die Stadt errichten. Denkt an, für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Greif nur im absoluten Notfall an. Erstmal aufmachen hier. Du Scheiße. Was liegt denn mit dem Schwert? Die Feinde ist in die quasierbarung, weil wir sind durch die Spiele. Was ist der Fall? Das ist jetzt der Fall, dass ich mich nicht umgeheusflühen bin. Das ist eine Besuche, dass man sich nicht umgeheben sind. Das ist eine Besuche! Ich verstehe! Was MRI ist das? Ich verstehe, dass man sich jetzt über dieynthnahme anbelangt hat. komm rin hier Naja, los, komm Wir bewegen uns mal hier ein bisschen durch die Häuser Bleiben wir zwei ausgeschalten hier Wo schießt denn der noch da? La Hohmann Redaktion Die Hohmann Die Hohmann Unsch case Binnen 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 Farid, hör gut zu! Bleib stark, mein Freund. Und ich verspreche, dass ich dich da durchbringe, okay? Ja! Ja, ist ja auch nicht so einfach hier, Mensch. Achso. Die hören alle zu uns. Gute sehr an alle Baller. Wir haben sie auf dem Weg. Wir haben sie auf dem Weg. Die Menschen, wo waren sie? Er lebt ja immer noch. Wer schießt denn da noch wo? Wie schießen wir da auf irgendeinen? Auf wen? Du sagst, dass Melendez wäre auf dem Weg zur Zitadelle. Was ist der schnellste Weg aus der Stadt heraus? Das West-Tor führt zu einem Bergpfad in den Außenbezirken. Geh dorthin. Wir treffen uns, wenn unsere Vitholz im Einsatzgebiet sind. Alter, wo denn? Da hinten ist noch einer. Die siehst du ja. Ne, so versteckt sind die. Die siehst du ja. Alter. Warum denn auf mich? Ah, verdammt. Sie wurden von einer Granate getötet. Ja, die Granate hörte mir, du Fohl. Geil. Jutti. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja. War hier nicht irgendwo. Ich bin dann. Fahre, Jafir! Mein Gott, schaffen wir das denn nun mal den hier abzuballern? Gut, dann können wir uns jetzt wieder die Waffe holen hier. Der ist erstmal erledigt. Komm schon. Waffe, 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 waffe. Waffe, waffe, waffe. die munition rausholen so der auch erledigt schießt noch einer ach da hinten so dass der ist hinüber und an der stelle war erstmal schluss ich hoffe ihr greift mir jetzt gerne an ich werde mal den hier machen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich hoffe dass ich mal nicht sterben werde bis dahin Tschüssi und Kowski